ich lege dann gleich mein zeichen warte ich muss mal dein stream aufmachen damit ich immer sehe wo wir hingehen ne meinen will ich nicht sehen meiner scheiße Jakobs Stream ist viel schöner als meiner so dein stream habe ich jetzt achso ne weil ich beschäftigt war dein stream zu öffnen es liegt am feuer und ich gucke schon wieder auf obs drauf ich glaube das lerne ich nicht mehr ja ich spiele mit denen seitdem ich auf die gewechselt habe macht es mir mehr spaß so ich drehe mich jetzt auch extra ok jetzt muss ich nur fernsehen wieder ein ticken näher schieben und das mikrofon näher dran damit ich auch laut genug bin so das sollte passen damit ich nur auf fernseher gucke und nicht ganz weit zur obs rüber ok dann komm Roland ich bin auf dem weg ok ich mache ganz gut schaden ja hab ich gesehen ja ich muss das nochmal solo testen toll ich kann ja wieder zurück laufen ja ich kann schnell Okay. Ich erinnere mich nicht mal, welcher Boss hier ist. Ach, das ist der, wir müssen eigentlich gar nicht machen, das ist der, der, der Black Knife, der aber so angeschlagen ist, der noch halbes Leben hat. Ach, der halbes. Du meinst fast gar keinen. Ja, bei mir hatte eben fast gar nichts. Okay, dann gehen wir jetzt zu den Dings unter der Brücke, ja? Ja. Ich wollte mich gerade dahin teleportieren, kann ich doch noch gar nicht. Hast du das nicht gemacht? Ach so. Ich bin noch bei dir. Ich hab's kapiert, ja. Ja, dauert ein bisschen im Alter so, ne? Boah, ich war ja Donnerstag in der Fahrschule. Ja. Ja. Und da hatte mich der Fahrlehrer bisschen auf den Kika, also was heißt auf den Kika so, der ganze Zeit so kleine Sprüche gegen mich gebracht. Wieso? Ja, weil ich am Anfang so, ja, wer war am Dienstag da, ich melde mich so, ja, was haben wir denn gemacht? Und ich hab's natürlich direkt vergessen, was wir gemacht haben so. Ich meinte ja, ich war da, aber ich weiß nicht mehr was. Und dann mein, ja, da ist es mit dem Alter, wenn man alt wird, so, ne? Und dann wird man vergessen. Ich so, ich bin auch schon 31 und Vater, da kann man schon mal was vergessen. Ja, natürlich. So, ich wusste ja, dass er nur Spaß macht. Aber das war dann ganz lustig. Ja. Ach, da liegt dein Zeichen schon mal klar. Na, komm. Ich bin gut vorbereitet. Ja. Ja, was ich beim Randomizer auch ganz gut finde, man kann direkt einstellen, dass die Karte schon alles offen ist, so. Dass man die nicht noch suchen muss. Ja, und ich bin sehr interessiert, dass du diesen blöden Malenia ausmachen kannst, diesen Scheiden. Oh, das fand ich auch gut. Ich hab sie leider bis jetzt noch nicht getroffen, also ich bin auch trotzdem ganz froh. Ja. Aber ich finde gut, dass man die Heilung im Randomizer ausschneiden kann. Warte, ich muss mir Licht machen. Ja. Das war einfach hier runter, ne? Ja. Du hast mich ein bisschen zur Seite geschnappt. Und du hast mich von Lachis gemeldet. Hab ich extra gemeldet. Ja. Rache. Rache. Na süß. Die Wölfe halten ja gar nichts aus. Ach, die Höhle. Ich hab ihn getötet. Nein. Das war gut. Nein, das war gut. Das war gut. Taktik hier. Ich hab aber keinen Bock, wenn wir zu zweit sind, dass wir uns irgendwie da erlernen. Irgendwas hier unten? Ja. Nehmen an, der wird da hinten sein. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Oder hinter dir. Guck mal da rein. Ach ne, da hinten ist er. Okay, warte. Da hinten ist er. Äh, er war doch. Er war doch. Das könnte mir als Invasator passieren. Ja, nur du machst ja nie Invasator. Ne, erstmal weiß ich nach wie vor nicht, wie es geht. Das hat mich damals schon nicht interessiert in Dark Souls. Das wird mir auch... Ich find's auch unnötig. Ja, das ist auch nicht. Das ist das Gute, dass es beim Elden Ring Randomizer halt nicht passieren kann, weil ich gar nicht online spielen kann. Ja. Ja. Ja okay, da kam ich nicht mehr zum Rollen, weil ich geschlagen hab. Okay, wir haben ja das ganze am Ende gestackert. Interessant. Hey Phoenix, wüsste ich. Phoenix, willst du mitmachen? Hä? Äh, Phoenix gibt es noch. Was sagst du hinter mir? Hm, was sagst du hinter mir? Ich meinte Phoenix gibt es noch. Ey, das ist mehr. Ja, ja, klar. Ja, ewig nicht mehr gesehen. Du hast ja auch ewig nicht mehr gestreamt gehabt. Ja, das stimmt aber. Hast du das mitgekriegt, dass Phoenix auch im Club der Papas ist? Oder fast zumindest? Ne. Ah, okay. Das heißt, er wird Fahrer. Genau. Also es kann sein, dass man jetzt schon soweit ist, das weiß ich gar nicht, weil irgendwie ich hab keine Zeitgefühle mehr. Aber wenn es nicht schon soweit ist, dann müsste das glaube ich bald der Fall sein. Krass, Glückwunsch. Ja, war cool. Also er wollte es nicht, dann ist es blöd, aber... Ich glaube, er ist ganz gut. Ähm, wir machen jetzt den Mariner, ja? Aber kann man Margit immer noch machen, wenn man den Mariner schon gemacht hat? Wem fragst du? Weiß ich nicht, irgendwie Margit. Also ich hab keine Ahnung. Und wo muss ich jetzt hin nochmal genau? Das ist... Dieser Bootstyp, ne? Boah, mit dem. Ich hätte auch hinreiten können, schnelle. Guck mal, jetzt hast du Phoenix verschreckt. Kann sein, ja. Oder ich hab einfach zu spät geantwortet, ich weiß gar nicht, wer ist noch nicht mehr da. Weil ich ähm... und der Controller ist fast leer. Ah. Ja, ich hab's ja alles direkt vor mir, so... Aber wie sollte ich vielleicht mal... Meine Playstation liegt entspannt auf mein Rechnergehäuse. Ja. Also mein Zeichen liegt auch inzwischen. Ja, ich ruf dich schon. Perfekt. Ich glaube danach ist nur noch... Unterwelt hier und dann Margit und so weiter. Ich streame seit zwölf Minuten und noch keine ausgelassene Frames. Ja, mit dem Rechner ist schon ganz cool. Ja. Ja. Hast du einen Plan, wo der ist? Ne, ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht. Ich muss ja irgendwo da sein. Also wo... Also wo... Ja, egal. Ah, ich hab ihn gefunden. Er ist da, wo wir sind, nicht so. Ne, sieh doch nach hinten an. Ich sollte vielleicht auf meine Ausdauer achten. Würde ich sagen easy. Okay. Ach guck mal, jetzt steht der Typ hier. Ich glaub nicht, hab ich hier schon mal mit dem gesprochen? Weil ich spreche mal mit dem. Töte ihn. Ne, weil ich brauch doch unter Umständen seinen Bruder für die blöden Gargoys. Sobald wir das zu zweit machen, mach ich jetzt noch was anderes. Ja, wieso leuchtet hier ein... Dings mit Portal, also... Ach egal. Warte, was musst du jetzt noch machen? Äh, Margit. Und die Unterwelt da, ne? Also Untergrund. Genau, und die Unterwelt. Ist ja auch Frau, oder? Genau, also was hier sitzt du erst? Mir ist das egal. Worauf hast du mehr Bock? Mach mir weiter bei Margit, weil das andere dauert so lange. Na gut, so lange dauert das dann auch nicht. Aber trotzdem, es dauert länger. Dann machen wir zuerst Margit. Okay. Ich setze am Feuer dann, ne? Wieso hab ich so viel... Ach so, der Invader hat uns so viele Seelen gegeben. Stimmt, der hat ganz gut gegeben gehabt. Okay, das ist so viel Seelen. Ein bisschen hast du. Wie viel hast du denn? 2,3 Millionen. Ich hab 1,8 Millionen. So, mein Zeichen liegt am Feuer. Ja, ich seh's auch schon. Ja, da siehst du mal wie gut ich bin. Ja, da siehst du mal wie lang meine Ladezeit ist. Oh, ich werde gerufen. Ich weiß nur, früher bei Dark Souls 1. Ja, ich werde gerufen. Mal hoffen, dass ich das bin. Ja. Ja. Wie oft man bei irgendeinem... Ja. 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 Das stimmt nicht. Ich erinnere mich. Oh, nee, ich bin beim Falschen. Ja, warte. Ich spring kurz in den Tod. Ja. Ja. Das war schon lustig. Ich glaube, da hinten ist gerade jemand gestorben. Also vorm Leuchtfeuer. Ja, nein. Weil da habe ich so einen Spieler gesehen. Also als Geist quasi. Ja, das kann sein. Bei Tiefen trinken auch manchmal Invasion, ja. Der ist dort gestorben. Gerade sah ganz lustig aus. Aha, okay. Geht endlich los. Bei mir war richtig lange schwarzes Bild. Ich häng hier fest. Ich konnte nicht rollen. Ich glaube, mein Controller ist kaputt. Wieso kann ich eigentlich nicht in den Tod fallen? Nein. Ey, deine Waffe ist schon OP, ne? Die ist sehr gut, ja. Finde ich auch. Ja. Sieht gut aus, wie du da ganz dagegen läufst. Ja, ich komme nicht weg, weil genug habe ich es jetzt. Okay, soll ich durchlaufen und dich rufen oder willst du mir zusammenlaufen? Du kannst ruhig durchlaufen. Du musst ja eh nichts aufheben. Ne, ich muss nichts aufheben, nein. Ne, dann lauf ruhig durch. Ich setze dort am Feuer. Vor ihnen oder vor seiner Tür, wie auch immer. Ah, ist klar. Warte, ich muss erstmal überlegen, welche das ist. Ja, das hier muss das sein. Ja, bringt das Bock mit dir zu spielen, ey. Ja, okay. Ihr wolltet, dass ich in die Roundtable spiele? Stimmt, sobald du magisch machst, will sie dich doch dahin haben. Ja. Jetzt kommt mal hier drauf. Oder Phoenix hat sich gedacht, oh ne, Kevin ist auch dabei, schnell weggehen wieder. Ja, oder so, ja. Das wird es sein. So mein Zeichen. Meine Güte ey, das ist ja grauenhaft, was ich hier verzappt bin. Ne, ne, bin schon da. Phoenix ist doch noch da. Ach, hey, Phoenix. Willst du, äh, ähm, wie heißt der Kevin? Der Typ? Welcher Typ? Willst du Godric mitmachen? Ist das Godric? Ich weiß es nicht. Ja, ne? Godric ist ein anderer, ne? Wie kommt den Namen regnen? Der mit der Drachenhand später. In den Drachenkopf. Genau. Ja. Und dann kannst du da in dem, ähm, ähm, Raum, wo das Feuer ist, einfach legen. Ja. 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 Dass du das ist. Ja. 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 einfach die falsche konsole angeschlossen der phoenix er muss erstmal wechseln ich muss ja nicht hinlaufen deshalb kann ich ganz gut den chat lesen ja dann wird ja phoenix ja auch jetzt erst richtig erwachsen also so anders erwachsen habe ich nicht wirklich das gefühl also bei mir jetzt ich muss mal ganz kurz was trinken was ist series x xbox oder was ich nehme an ja bei lice of p weißt du was das ist ne ja jetzt xbox ok was weiß ich auch nicht was das ist aber ein spätten ach so mein medizin ist schon aktiviert wo hast du gelegt ach so in den in den gang da ja ja gut 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 ja und wie findest du das phoenix ich hab da ziemlich positive Sachen drüber gehört Marco und ich hatten auch ein Video dazu geguckt was ist das überhaupt für ein spiel das ist du spielst pinocchio aber das ist so ein bisschen so wie so wie so wie so wie so wie bloodborne ok dann muss ich mir noch eine xbox kaufen das gibt es auch für die ps oder 4 4 weiß ich gar nicht aber für die ps 5 gibt es das auch glaube ich dann würde ich mir trotzdem eine xbox ich will dir keinen fachschert hier ach so nein das ist ja 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 ich habe auch gehört dass sie das ähm dass sie die teilweise genervt haben weil die zu übertrieben waren aber das habe ich nur gehört also ich kann es natürlich nicht bestätigen ob das stimmt mach ein eldenring 1er run da weißt du was knackig ist ne ich habe auf meinen 1er run jetzt schon keinen bock mehr ja m ja 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 en ja 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 w Ich dachte auch schade, ich dachte, das Feuer hört auf. Oh, ich bin tot. Oh, das war ich nicht geweiht. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Ich war einfach dumm. Aus Bestrafung darf ich keine Seelen bekommen. Wie Gott, Rik, meinst du? Ich hoffe nicht, wie ich. Oder meinst du wie Kevin oder ich? Das wäre lustig. Das wäre ein guter Lustiger. Wo soll ich jetzt hin kommen? Ja, jetzt ist die Entscheidung. Untergrund? Ja, lass doch den Untergrund machen. Okay. Ja. Ja. Wenn es Don't Ludge. Oder wenn es Verstopfung gibt. Du kannst da oben bei dem... Wunder, wo ist denn alles? Es gibt da jetzt zwei Bosse. Du kannst da oben bei dem... Zuerst mal bei diesem Drachen Riker machen. Ja, bei denen ich beim Einser aufgegeben habe. Ja. Ähm. Weil... Ich muss ja sowieso die Lichter anmachen. Und das ist besser, das alleine zu machen. Oder wer ist bei mir her? Ja, ja gut. Dann fahr doch mit dem Fahrzeug. Muss man damit wegkommen. Ähm. Weil ich dann mit dem Pferd halt hinreiten kann. Ja, klar. Aber ich... Ich musste ja nichts mehr aufsammeln. Und ich glaube, ich... Vielleicht erinnere ich mich noch ungefähr, wie die Säulen. Die Säulen? Die hatte ich tatsächlich ganz gut... Die Säulen, wo die sind, oder? Oder was meinst du gerade? Du meintest, ob du dich... Die Feuer. Ah, ja, ja. Ja, sind für mich Säulen. Okay, jetzt bist du wieder da. Irgendwie hat sich das gerade neu verbunden. Das heißt, ihr könntet bei dem... Also ich weiß nicht, falls du bereit bist, finde ich, das kannst du auch da liegen. Falls du nicht, dann halt beim nächsten, sobald du bereit bist, ohne Stress. Ähm. Da bei dieser Statue vor diesen Drachensoldaten. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Mhm. Ja, kein Stress, ich muss ja sowieso auch da hin. So, mein Zeichen liegt auf jeden Fall. Was sagst du? Mein Zeichen liegt da auf jeden Fall schon. Alles klar. Ja, das ist so. Vielen Dank. Ich bin immer noch nicht da. Boah, die ganze Zeit musst du hier warten. Ach, so ist das halt. Ja. Ja, was soll ich sagen, wenn ich den 1er-Run streame, wie oft die mein Ladebildschirm sehen müssen sie. Die sehen Ladebildschirmen, mindestens genauso oft, wie ich den Boss versuche. Ja. Mindestens, also maximal einmal weniger, ne? Ja. Also eigentlich, ja, ist das Aussage. Und dann teleportier ich mich weg, so und dann ist das ungefähr gleich oft. Hier bei diesen, ach wie heißt dieses Gebiet, das kann ich hier jetzt gucken. Hier lohnt ja diese eine Erdbaum-Avatar. Ja, aber das Gute ist, Kevin, es gibt so viele von diesen Erdbaum-Avatar, die du siehst, dass du dann wahrscheinlich ziemlich gut deinen Pattern lernst, weißt du? Ja, ich dachte auch hier bei diesen, hier stehen wir da auch gleich machen. Da dachte ich so, erst mal so, ah, das wird gar nichts, den werde ich nie hinbekommen. Aber irgendwann hatte ich das dann drauf, wann ich hier rollen kann, wann nicht, oder wann ich angreife, wann nicht. Man muss, ich muss aber sagen, diese Keule ist halt super kacke, so, ne? Ja, die hat eine richtig... ...beschiffene Reichweite. Also, grauenhafte Reichweite. Definitiv. Man denkt, man trifft, und man trifft überhaupt nicht. Okay, warte, ich komme zu... Anni, Moment, ich gehe zuerst zu diesem Feuer hier und mache es an. Und ich mache gar nicht mal so schlecht Schaden, ich habe Geld... Ich habe jetzt meine Waffe auf plus sieben oder so. Die macht gar nicht so wenig Schaden. Ja. Und da ich kein Schild brauche, weil... Egal, was passiert, ich bin fast immer One-Hit, so. Da muss ich mich jetzt nicht mit Schild beschützen, so. Ist er eh mit Einschlag, die Ausdauer gefühlt weg. Ach nee, ich habe gar keinen Feuer verletzt. Aber ich komme hoch zu dem... ...zu dem... ...zu dem Dragon Key Soldier. Ja, ich komme hoch zu dem... ...ja, immer mit der Ruhe. Ich muss mich so heftig an meinen Monitor gewöhnen, ne? Ich habe meinen Computer über eine Woche und das nervt mich immer noch, dass der Monitor curved ist. Aber ich mag die Größe von ihnen. Das hier an der Dings gelegt? Ja. Ungefähr da, wo du stehst. Medizin hast du genommen? Ja. Sag bloß, man... ...man... ...man... ...dieses Gebiet ist auch beeinflusst von dem Gebiet da oben. Ich bin sehr schnell, dass wir hätten das unten zuerst machen sollen. Okay, gut. Ich töte die beiden eben schnell, ja? Ja. Weil dann... ...damit ich hier einfach wieder runter zu kommen. Ja, dann kann ich ja... ...sonst wo hingehen. Genau. Dann kannst du bei dir noch beide machen. Dann könnt ihr überlegen, ob wir jetzt... ...Lurnia oder... ...Kaleb machen. Worauf ihr mehr Lust habt. Ich habe Bock... ...auf... ...ja. Bei mir ist es egal. Die Halbinsel hast du schon, ne? Ja. Die Halbinsel, die keine Halbinsel ist. Ja. Weil die ist nirgendwo mit Festland aneinander gegrenzt. Nur die Brücke, aber die ist ja kein Festland. Ja, ich bin für Kaylitzel. Ich kann es probieren, also... ...ich kann es probieren. ...und gucken, da bin ich ja in diesem Forum. Vielleicht zählt das als anderes Gebiet. Ja, genau. Das habe ich nämlich auch überlegt, ja. Man war ich ja nie bei dem Spiel. Ja. Hast du noch nicht alle angemacht? Nein, nein, ich bin ja zu dem Dings unterwegs gegangen, weißt du. Ach, ja stimmt, hier ist keiner. Okay, ja gut, ich habe den einen... ...hergendwann gewundert. Wieso war da einer? Na ja, okay. Hatte ich ihn nicht nur so ganz klar überholt. Also mein Zeichen liegt direkt dort, wo man spawnt. Aha, ich schieb jetzt, bleib mal gucken. Na ja, ich kann nicht mal... ...wenn die das mal endlich rauspatchen, dass wenn diese Nachricht ist, dass deine Knöpfe nicht funktionieren. Boah, das ist so dumm, ne? Das regt mich auch auf. Super fähig. Das war auch bei keinem anderen Teil von denen, ne? Also sei es Dark Souls, Dark Souls 2, 3, bei keinem, wenn du sie kamen, da war es halt da, aber es ging halt weg von alleine auch. Ja, genau. Oder man konnte halt... Oder man konnte es wegmachen, aber du konntest wenigstens was machen und nicht, dass diese Nachricht da ist und du musst den Knopf drücken und das Spiel hat Inputverzögerung einfach. Der macht das manchmal verspätet. Und in der Zeit, wenn du rollen musst, hast du keine Zeit an den anderen Knopf drücken. Ah. Wenn die das schon hinstellen, weißt du, bei Gegnern, so diese Sachen, weißt du? Okay, ich bin da, ich mach mal eben... Ja, hier, okay. Ja, perfekt. Ich guck mal eben, ob der Phoenix hier vielleicht auch ist. Okay, also das gilt als separater Bereich, also dann, ja, dann wissen wir einfach, bevor wir Margit machen, müssen wir halt runtergehen. Ah. Ich hab auch letztens Marco gefragt, wann er mal wieder streamt. Ja, wenn Jakob fragt. Hat er gesagt? Ja. Okay, alles klar. Ja, naja, aber wir spielen, es stimmt schon mal, wir spielen das jetzt zusammen und ich will ja sehen, das Spiel, weißt du? Ja, aber ich will es ja auch sehen. Das ist ja so, dass ich mit Lucia, dass ich Lucia nicht spiele, ohne dass Marco dabei ist, weil er wollte das ja auch sehen. Ja, aber ich will ja Marco auch mal streamen sehen, wie du... Weil er spielt immer noch dieses Spiel, wie heißt das nochmal? Ja, ich find das voll interessant, ich versteh gar nichts, aber... Weil ich das Spiel auch gar nicht vorher kannte. Hast du gesehen, ich bin ausgewichen. Nein, ich bin doch. Ah, ne, doch nicht. Meine Lieblings-Attacke ist, wenn er hoch springt und von oben auf einspringen. Weil die kann ich perfekt ausweichen. Ja, ich merk schon, du nicht. Ja, die hat doch uns alle gar nicht gemacht. Bei mir hat er die ganze Zeit schon... Ja, das ist meine Lieblings-Attacke hier. Ja, die ist auch bei der Leitungs-Attacke. Die trifft mich ab und zu seinen Tritt. Echt? Und das nach vorne springt, trifft mich oft. Also jetzt wurde ich auch nicht getroffen, oder? Jetzt wurde ich getroffen, weil ich gar nichts gemacht habe. Ja, ich hab ihn getötet. Ja, beim nach hinten fallen, ja? Beim Stolpern getötet, ja? Ja, beim Stolpern habe ich versehentlich gefurzt und dann vergiftet und tot. So, jetzt einfach die Entscheidung. Leonia oder Caelid? Das bringt mir Spaß. Ach, wir können ruhig Caelid machen. Sag, wo ich hinkommen soll. Dann schlage ich vor, wir teleportieren uns in die Höhle. In die Höhle. Weißt du, was ich meine? Ja, in die Höhle. Es gibt so mehrere Höhlen. Bei dem Drachensee gibt es diese Kiste. Beim Drachensee gibt es diese Kiste? Ja, im ersten Gebiet, da gibt es diesen See. Ach, ja. Und die Ruin unter die Truhe und die teleportiert sich dann. Und da könnten wir einfach dort, wo uns die Teporte absetzen. Weil dann bin ich schon in Caelid, damit die da gar nicht wirklich hinlaufen. Ja, perfekt, so machen wir das. Und da sind wir schon ziemlich normal. Hättest du dich nicht einfach ans andere Feuer setzen können? Das da unten? Also quasi von der anderen Seite dann da hin? Ja, hätte ich auch. Ich hoffe, du läufst erst mal zum Falschen, mein Gott. Ja, dann habe ich eine Absicht gemacht, damit du schneller da hinkommst, weil du hast längere Ladezeit. Okay, perfekt. Die Ausrede macht sogar Sinn. Die macht sogar tatsächlich Sinn. Weil ich bin trotzdem nach dir da so. Entwisch ich den hier oben mit der Gravity-Attacke? Die Ratten haben mir sogar Schaden gemacht. Ja. Und ich konnte mich nicht mehr wehren. Ich habe auch ein Falschen, Schaden. Aber das Gute ist, mit dieser Gravity-Attack habe ich auch den oben schon weggemacht. Geil, sehe ich gerade im Stream tatsächlich. Und gleich geht so bei Fenix die Geburt los, deshalb ist er gar nicht mehr da. So, mein Zeichen liegt. Ich hoffe, du hast die Medizin genommen. Ja, ich habe es gehört, auch schon. Wollen wir noch mal ein bisschen Wasser? Mach das. Saft, aber ich kann dich ja mitnehmen. Ich weiß. Ja, und Marco will einfach nicht noch mal Elden Ring spielen. Marco? Ja, Marco, ich hatte ihn gefragt, ob er noch mal Elden Ring spielen. Ob er noch mal spielt oder es jetzt war. Er meinte, nee. Ach, du meinst die Figur bei uns? Ja, ja. Er meinte, ich bin ja nicht so oft da. Er meinte, ja, öfter als ich auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, nicht mal gelogen. Ja, das stimmt. Ja, deine Waffe ist echt geil. Wieso habe ich mich gebückt? Oh, geil. Dunkelschmiedelstein 3. Ja, ich habe ihn auch. Was? Dunkelschmiedelstein 3 habe ich bekommen. Ja. Auf den Run freu ich mich auch, wenn ich bei dir bin. Aber vom Waffenverhältnis, wenn du... Beide Waffen müsstest du eigentlich genauso kämpfen wie ich, so, ne? Okay. Hä, wo bist du? Okay. Ich bin noch oben. Lang einfach, geil. Okay. Okay. Ich hatte die Gegner da einfach getötet. Ja, ja. Hier oben auf dem Dach. Hier war ich noch nicht. Ich bin noch oben. Ich bin noch oben. Was macht der denn da? Ich bin ja gerade die Wand hochgelaufen. Ach so, ich dachte, dass es deine Attacke ist. Das habe ich einfach gar nichts gemacht. Ja, ich bin die nicht so gewohnt, da bin ich verwirrt, was sie machen. Ja. Ich bin noch oben. Ja. 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 Weihnachtblut, grüß dich. Weihnachtblut ist da. Weihnachtblut ist auch da. Willst du mitmachen? Ich brauche wieder ruhen. Nein. Ja, auf jeden Fall. Wie geht's dir nach Württchen? Kevin hat's schon gesagt. Er will wieder was von dir. Nein. Alles gut, ja. Ja, Kevin und ich haben endlich mal wieder Zeit gefunden, zusammen zu spielen. Ja, Gott sei Dank, ne. Wie gesagt, was dich anziehen magst, immer gerne. Kevin, wir gehen jetzt zu Celia, ja? Machen die Stadt. Ja. Am welchen geht's Feuer am besten? Wieso kann ich mich nicht hin teleportieren? Ich kann mich hier nicht raus teleportieren, ich muss das auch nochmal machen. Du hast den noch nicht gemacht? Ja, ich kann mich auf jeden Fall nicht raus teleportieren. Weil ich in der Falle sitze. Ich muss hier rauslaufen. Ach so, da musst du einfach rauslaufen. Ach so, alles klar. Ach gut, alles klar. Ähm. So, ja, okay, ja, ja, ja. Aber das ist ja schnell, du musst ja einfach nur, ähm, raus aus dem Dings, dann links runterlaufen und dann einfach geradeauslaufen, weißt du? Ich hab' ich ja da. Ich hab' mich verlaufen. Das ist nicht so schwer. Das ist superschwer. Aber das geht ja mal so raus. Ach so, der ist schon ganz gut geladen. Okay, alles klar. Das kann ich jetzt nicht gut machen. Okay. So, ich glaub' jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ach. Hm? Ich töte gleich alles hier, ey. Aus Wut und Frust? Nee, nur aus Wut. Dann kann ich ja sagen, dann kann ich ja die Welt zum Round TV Noten gehen, solange du... Ja, ganz entspannt, ich hab' ganz viel Zeit. Also, du hast ganz viel Zeit. Ja, aber es soll immer so lange das Händchen geben und... Er will lieber zuschauen, nachtblöd. Ich bin enttäuscht, ich dachte, ich krieg' jetzt Seelenseil. Wollen wir das rumschmarotzen? Ja, natürlich. Ah, alles klar. Meine Lieblingsbeschäftigung, Tätigkeit hier. Genau, das muss... Ach, die ist ja da... Also, mein Zeichen liegt auf jeden Fall jetzt. Ging doch ein bisschen schneller als erwartet. Okay, Moment, dann geh' ich auf die... Ja, ganz in Ruhe, mach' da, fertig. Was? Was musst du denn da machen? Nein, ich hab' ne Feli Lu gesucht. Ah, gefunden? Nö. Gut. Die sollte da rumstehen, aber da und sie eben ist gleich... ... ... ... Okay, Moment. Vielen Dank. Und tot. Ach, jetzt kommt ja die lustige Sprung-Action. Wieso kämpfst du? Du kämpfst nie. Weil die da waren und weil die nerven. Mal gucken, ob ich es im ersten Versuch schaffe. Okay, den töt' ich jetzt. Invasion. Ja, wir haben Invasion. Warte mal, ich mach's mal. Okay, aber weiter, ja? Ja, der kann bestimmt nicht die Wurzeln hier springen. Ich auch nicht, wie man sieht. Gut, dass du nicht gestorben bist. Das wär auch lustig. Ich hab's nicht geschafft. Okay. Aber ich seh auch noch nicht den Invasion. Ich geh mal zum... Mach das. Es ist auf jeden Fall auch ein Jäger hier. Ja, ja, genau. Wo ist der Invasator? Ich hab keine Ahnung. Ah, der ist bei mir. Ich hab ihn. Okay. Richtig kommen. Ich hab ihm Schaden gemacht. Ich hab keine Ausdauer. Oh, der hat mir gut Schaden gemacht. Hä? Ich konnte nicht rollen. Ich bin tot. Ich konnte einfach nicht rollen. Irgendwas hat er gemacht. Ja. Da ist er. Ja, und den Jäger hab ich nicht einmal gesehen. Ich hab das Spiel rausgerollt. Perfekt. Oh, okay. Wo soll ich liegen? Wieder am Feuer, oder? Ganz wieder am Feuer. Ganz wieder am Feuer. Ich komm dann, weil ich bin da fast. Weißt du? Alles klar. Es liegt dort. Aber man muss Invasion ausschalten können. Das wär viel besser, ey. Ja, natürlich. Na, der hat mir da nur mit einem schnellen Schlag irgendwie mehr als das halbe Leben bezogen. Und das spiel ich nicht. Kann ich noch mal schrecken. So nicht. Das ist mir zu gut. Invasion sind einfach scheiße, ey. Ja. Hast du es schon gelegt? Es liegt schon. Weiter unten hab ich es gelegt. Ja, weil da sieht man das nicht in dieser Gülle, glaube ich. Ne, sieht man auch nicht. Ach, deswegen hast du es da gelegt? Nein, das ist mir erst danach aufgefangen. Also eigentlich ist es mir auch jetzt erst aufgefallen, als du es meintest. Ich kann auch auf die Treppe legen, wenn du mich nicht findest. Ja, jetzt sieht man es besser als auf der Treppe. Ja, jetzt sieht man es besser als auf der Treppe. Jetzt sehe ich es sauber. Ups, sorry. Ich bin überrascht, dass immer noch keine ausgelassenen Frames da sind. Bei mir auch noch nicht. Aha, hattest du vorher immer welche oder was? Ja, beim anderen, beim Laptop auf jeden Fall. Jetzt hat, ja, die letzten Male hatte ich auch, aber da war 0,1%. Aber ich glaube, da war mein Internet ein bisschen weg oder so. Also nicht weg, aber unstabil. Also instabil ein bisschen. Ja. Aber heute läuft das richtig gut. Ja, okay, du musst stehen. Ja, okay. Oh, ich habe den Sprung geschafft. Guck mal, den schaffe ich nicht. Oh doch. Oh. 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 Was ist denn heute da? Keine Ahnung. Gefühlt sehe ich das auch zum ersten Mal, dass ein Afro hat. Also dass dieser Schädel da überhaupt existiert. Ja. Und das hat mich so überraschend. Muss ich dir jetzt zeigen. Das Gute ist, dass ich jetzt auch ein bisschen weiter bin höheres Level, dass ich nicht mehr direkt One-Hit bin, wenn ich gegen Gegner von dir kämpfe. Ja. Ist das Spiel dumm? Ich kämpfe gegen einen von diesen kleinen, weil ich dachte ich mache erstmal die hier. Und dich lasse ich ruhig gegen den Boss kämpfen, weil du besser bist als ich. Und dann visiert er nicht mal mehr an. Sollte vielleicht auch mal eine Ausdauer. Und mich nicht immer treffen lassen. Ich bin nur noch ein bisschen zu sagen. Ja, ja. Tromsos hat sich auch immer relativ bedeckt gehalten. Und keiner weiß das so ganz genau welche Bosse und Area-Bosse sind. Was natürlich blöd ist, weil... Ich habe ja nicht, dass hier schon öfters, dass wir zusammen spielen wollten. Und zum Beispiel Radar kannst du dann nicht mehr machen. Und Radar ist hierher. Ich bin der Meinung, eigentlich sollten Area-Bosse nur der End-Boss sein, fertig. Ja, oder überhaupt keine Area-Bosse, weißt du, dass du lang da noch irgendwo ein Boss hast oder wie in Dark Souls 2 einfach, dass du dich die ganze Zeit rufen kannst, weißt du? Okay, wir haben oben gemacht. Jetzt lass uns mal... Lass uns mal zu dieser Niederer Erdbaum-Katakombe... ...kontakombe... ...kontakombe...